Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 26.244 US-Dollar. Wir hatten heute Nacht nochmal einen leichten Abverkauf. Haben wir ja gestern schon mal im Livestream darüber gesprochen, dass das jetzt eher das wahrscheinlichere Szenario ist, nachdem wir dann doch wieder nicht zumindest mal hier dieses Konter-Level angetestet haben. Das werden wir jetzt alles jetzt nochmal ein bisschen genauer im Update-Video anschauen. Außerdem kriegen wir vielleicht doch nochmal ein tieferes Tief, weil wir den Wiki unten ganz knapp nicht auf den Dollar genau abgeholt haben. Möglichkeit bestünde auf jeden Fall. Wir schauen uns das auf jeden Fall jetzt ein bisschen genauer an. Kleiner Reminder auf dem Zweitkanal. Geht es jetzt glaube ich ab 9.00 Uhr, 9.30 Uhr los mit den ersten drei Videos. Morgen folgen drei und dann die nächsten Tage auch immer wieder drei Videos mit den Zusammenschnitten aus dem Livestream von gestern. Also schaut euch das gerne an. Wer den Zweitkanal noch nicht abonniert hat, link ist unten in der Videobeschreibung. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein, wenn ihr Bock habt auf Updates, News, Signale etc. pp. Und ja, ansonsten auch, wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne in die Talk-Gruppe reinschreiben. Gut, damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Ich dürfte auch nichts vergessen haben. Donnerstag morgen erstmal einen schönen guten Morgen. Und ja, auf jeden Fall Bitcoin bei 26.255 US-Dollar. Ihr seht, wir hatten gestern im Livestream darüber gesprochen, okay, es wäre cool, wenn wir zumindest nochmal die 26.6 antesten. Haben wir leider nicht. Wir sind wieder hier vorher ein bisschen gescheitert. Seit gestern im Mittags-Update-Video habe ich ja auch dazu gesagt, okay, ich möchte mindestens mal hier so ein Gegen-Hit hier oben in die 27.100-Region. Und dann eben diesen Abverkauf. Ja, wir haben eben diesen Hit hier oben nicht mehr reinbekommen. Natürlich spielt da auch das ganze Ding mit der Schuldenobergrenze in den USA, mit den schlechten Inflationszahlen etc. oder generell aus den Zahlen aus Großbritannien natürlich auch noch mit dazu. Das hat dann nicht nur die Kryptomärkte getroffen, sondern auch die traditionellen Märkte. DAX sehr, sehr unter Druck gewesen. Gestern, ich glaube, 200-300 Punkte nachgegeben. Und natürlich auch den normalen Stockmärkten, was dann Krypto noch zusätzlich unter Druck gesetzt hat. Wenn wir jetzt mal danach gehen, wir hätten jetzt hier den ersten Abverkauf, hätten dann so eine zweite Gegenkorrektur, zweiter Abverkauf und jetzt eben den dritten Abverkauf. Also es deutet jetzt zumindest mal darauf hin, dass wir gegebenenfalls heute im Laufe des Tages zumindest endlich mal ein Recovery kriegen. Nur, das habe ich gestern schon gesagt, das habe ich gestern Abend gesagt, das Recovery war dann immer relativ kurz. Wir haben nicht mal mehr einen Retest oder Sonstiges bekommen. Also die Chance, dass wir jetzt hier gegebenenfalls endlich mal was sehen, ist dann doch ein bisschen verschwindend gering. Trotzdem, Möglichkeit bestünde. Was mich hier noch ein bisschen stört, da gehen wir jetzt mal ganz kurz auf einen 15-Minuten-Timeframe, ist einfach so die Liquidität, die hier unten noch liegt. Und ich habe ganz, ganz am Anfang des Videos schon mal gesagt, wir haben diesen Bereich hier drüben. Bei den 25.822 US-Dollar nicht abgeholt. Wir sind nur auf knapp 25.870 US-Dollar gekommen. Und wenn wir uns die Heatmap dazu noch anschauen, habe ich auch gestern im Livestream kurzzeitig mal gezeigt, wird bei BingX ja in der Telegram-Gruppe jetzt immer täglich ein bisschen noch ein paar so Markt-Insights dazugegeben. Also kann ich euch auch nur empfehlen, da gerne in die Telegram-Gruppe bei denen reinzugehen. Dass vor allem bei den 25.750 US-Dollar eine Menge Positionen liegen, beziehungsweise eine Menge Positionen, die den Markt dann wiederum, sag ich mal, beeinflussen könnten oder die noch gefischt werden könnten. Deswegen würde es mich jetzt nicht wundern, wenn wir uns einfach diesen Bereich hier unten nochmal holen. Ich bin jetzt momentan in noch keiner Position mehr drin. Ich schaue mir das Ganze jetzt erstmal mal ein bisschen an. 15 Minuten, wie gesagt, wäre eine Möglichkeit, dass wir hier einfach nochmal tiefer gehen und uns im Endeffekt die Liquidität hier drunter nochmal abholen und dann wirklich versuchen, nachhaltig mal eine Bewegung nach oben hin zu starten. Gehen wir jetzt wieder in einen 1-Stunden-Timeframe. Gefällt halt auch dieser Wig hier überhaupt nicht. Also wir haben einen riesen Schatten, den wir hier gebildet haben. Klar, ist nicht zu vergleichen mit diesen, aber die anderen haben wir uns im Endeffekt auch die letzten Tage immer wieder geholt. Weshalb ich mir nicht vorstellen kann, dass dieser Schatten hier ungefüllt bleibt und vor allem dieser Lange, die hier drüben, auch nicht. Zwei riesige Schatten, die gefüllt werden sollten. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal mit einem FIP-Level vielleicht dazu anschauen. Klar, macht jetzt momentan jetzt wenig Sinn, weil wir momentan so einen leichten Aufwärtstrend auch im 15-Minuten-Chart sind. Aber trotzdem sollten hier normalerweise 65 bis 78 Prozent rum, deswegen auch FIP-Level 0.65 bis 0.786, sollten von diesem Wig eigentlich wieder geholt werden. Das behalte ich jetzt erstmal ein bisschen im Auge, das ist erstmal so der Plan. Ansonsten wird es natürlich interessant sein, kriegen wir hier oben dann die erste Rejection rein bei den 26.400 US-Dollar. Einfach um dieses höhere Hoch reinzukriegen. Wäre zumindest schon mal ein Start, dass wir hier ein bisschen Erholung starten könnten und dann gegebenenfalls ein höheres Tief, um dann hier wirklich eine kleine Erholung zu starten. Vom Marktumfeld wird es natürlich jetzt auch davon abhängig sein. Heute kommen übrigens Arbeitslosen, nicht Arbeitslosenzahlen, aber die ersten Träger auf Arbeitslosenhilfe kommen heute auch wieder. Könnte vielleicht auch nochmal ein bisschen Bewegung reinbringen. Auf jeden Fall gibt es wieder vielleicht möglicherweise neue News, ob die Schuldenobergrenze erhöht wird oder nicht. Einigen sich Republikaner und Demokraten, das wird alles jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall ordentlich Schwung noch in die Bude reinbringen, vermute ich jetzt einfach mal. Könnte dann aber auch ein möglicher Indikator sein für einen potenziellen Boden. Gestern wurde ja auch das FOMC-Protokoll veröffentlicht. Da gab es ja auch so ein paar kritische Stimmen, aber man hat Angst einfach, auch wegen dieser Schuldenobergrenze, dass es noch keine Lösung gibt, dass das dann auch wiederum an den Finanzmärkten zu Problemen führen könnte. Was dann wiederum positive Aussichten wiederum wären für mögliche Zinsanstiege in den USA. Also ihr seht, da spielt momentan sehr, sehr viel mit. Deswegen werde ich jetzt erstmal ein bisschen so auf Seitenlinie warten, warte auf dieses höhere Tief, um dann gegebenenfalls einzusteigen, um dann eine Gegenkorrektur nach oben hin mitzunehmen. Wir haben einige Voids nach oben hin zu füllen. Wie gesagt, die 27.1, kurzfristig die 26.6, was anvisiert werden könnte mit dann einem höheren Tief. Also das sind so ein bisschen die Level, die ich jetzt erstmal im Blick behabe und dann gegebenenfalls bei einem höheren Tief erst einmal einsteigen für eine Long-Position. Aber jetzt momentan ist mir das noch zu unsicher, wegen dem Rig, wegen dem Volumen, was da unten drin ist. Und wir haben auch einfach kein Kaufvolumen im Markt. Und das ist ja das Problem, was wir auch schon seit Längerem haben. Nicht nur bei Bitcoin, nicht nur bei Ethereum, sondern generell bei den Altcoins. Alle Altcoins, die wir uns gestern angeguckt haben, bis auf manche Ausnahmen, fehlt einfach das Volumen. Aber gut, was wollen wir mal machen? Man muss das Beste im Endeffekt rauspicken, beziehungsweise das Beste auch draus machen. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum, auch gestern nicht diesen Zielbereich abgeholt. Also minimal zwar nicht, aber auch hier hat man wieder gesehen, es funktioniert momentan einfach nicht gescheit. Also einerseits, letzte Woche hatten wir das Problem, Golden Pocket immer geschielt, wurde nur das 0,5er abgeholt. Gestern war dann eher das Problem, okay, ich stehe da auch zu meinen Fehlern, ist ja kein Problem, dass ich das, was heißt falsch analysiert habe, das wäre echt das Sinnvollste gewesen. Aber gut, das haben wir dahingestellt. Dann haben wir gestern im Live-Stand darüber gesprochen, nachdem eben dieser Abverkauf war. Okay, Konter-Level hier oben testen mit dieser Ineffizienz. Und die hat er sich auch wieder hier nicht um, ich sage jetzt mal, 3, 4 Dollar geholt. Klar, man spricht hier von 3, 4 Dollar, aber es geht hier einfach ums Prinzip, dass man hier die Ineffizienz auf einen 1-Stunden-Chart füllt und dann aber im Endeffekt den richtigen Step nach unten hin auf jeden Fall gewagt. Also der Step hier hat deutlich, deutlich besser gepasst als bei Bitcoin. Auch wieder sowas, warum man sich momentan, meiner Meinung zumindest nach, immer so ein bisschen auf vielleicht einen Chart festigen sollte. Eher Bitcoin oder eher Ethereum, weil wir hier doch ein bisschen gewisse Unterschiede sehen. Wenn ihr das jetzt nochmal vergleicht, dieser Impuls viel, viel weiter weg als Ethereum hier mit der Ineffizienz und dann kam eben dieser Gegenimpuls nach unten. Aber an sich, machen wir jetzt mal weg, gleiches Spiel wie bei Bitcoin. Wir haben hier jetzt wieder einen ordentlichen Wig. Wir haben diesen Wig hier drüben vom, was haben wir hier, 12. Mai immer noch nicht ganz gefüllt. Also die Chance, dass wir hier doch nochmal ein tieferes Tief kriegen, vielleicht nach so einer Gegenkorrektur, ist auch hier nicht gerade unwahrscheinlich. Natürlich jetzt erstmal ein Stunden Timeframe, kleine Bullish Divergence mit einem tieferen Tief im Chart, höheren Tief im RSI. Könnte jetzt erstmal so für einen kleinen, für eine kleine Gegenwert zumindest sorgen. Kleine Einstunden Supply Zone hier in diesem Bereich bei den 1.800 US-Dollarn. Schauen wir mal, ob er die Zone jetzt erstmal anhittet und dann mal schauen, ob wir dann ein höheres Tief kriegen oder ob wir direkt einfach tiefer runterfallen. Dann die 1.740 Marke, das wäre jetzt auch so momentan so das Worst-Case-Szenario, weil wir hier im Endeffekt drüben noch zwei Tiefs haben, wie gesagt vom 12. Mai zum Beispiel, die wir uns noch abgrasen könnten. Sollten wir das genauso machen, wäre dann möglicherweise der erste Long-Einstieg seit Längerem hier auch mal gegebenenfalls wieder möglich. Ineffizienzen hier drüben haben wir erstmal keine mehr vorliegen. Nächster richtiger fetter Orderblock wäre dann ungefähr bei 1.700 bis 1.710. Glaube ich momentan eher nicht. Ich bin eher so auf der 1.740er Seite. Aber ihr seht, müssen wir jetzt mal schauen, wie sich die nächsten Stunden entwickeln. Kriegen wir hier oben direkt die Rejection rein, dann hoffe ich aufs höhere Tief mit gegebenenfalls einem Long-Einstieg. Short an diesem Level würde ich ehrlich gesagt eher weniger machen. Hat einfach den Aspekt, ihr seht hier überall diese Volumen-Spikes. Also hier wurde schon eine Menge reingeshortet in diesen Bereichen. Sollte es dann hier drüber knallen, dann wird es wahrscheinlich relativ schnell hier wieder Richtung 1.840 gehen, um dann das Konter-Level hier oben anzugreifen und dann den Weg nach unten hin zu machen. Also es ist momentan schwer zu sagen. Es gibt keine gescheiten Setups. Wir müssen da echt von Stunde zu Stunde gucken, wie sich die Märkte entwickeln. Aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem so ein kleines Update auf jeden Fall geben. Ansonsten gehen wir noch ganz kurz zu den News rüber. Bitcoin-Zahlungsanbieter Strike unterstützt USDT von Tether. Auch gutes Zeichen. Mehr Akzeptanz oder mehr Unterstützung. Doch, Unterstützung kann man dazu auch sagen. Ist immer gut für den Markt. Trotzdem, momentan solche News werden den Kurs wenig beeinflussen. Gut, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Heute später kommt noch ein kleines Altcoin-Update-Video. Heute wirklich versprochen, heute kommt ein kleines Altcoin-Update-Video. Safe auf euch zu. Und ja, ansonsten würde ich sagen, gerne auf dem Zweitkanal vorbeischauen. Wie gesagt, die Highlights vom Livestream sind dann da online. Und ja, ansonsten, Like da lassen, Abo da lassen. Wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Und gerne auch die Telegram-Gruppe join. Das war es von mir. Wir hören uns auf jeden Fall später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.